Das Jahr 2057. Eine extraterrestrische Katastrophe zerstört in nur wenigen Tagen alles Leben auf der Erde. Die meisten menschlichen Zivilisationen sind in kürzester Zeit ausgelöscht. Im Land der Bayern überlebt eine einzige Seele. In seinen letzten verzweifelten Stunden hinterlässt er eine Relikt und eine Nachricht seiner einstmals reichen Kultur in der Hoffnung, dass der Freistaat der Bayern nie vergessen bleibt. Ja, in Bayern der Sonne, Servus, im schönen Rappenland. Ja, das kleine Wetter, Servus, ist allen wohl bekannt. Ja, in Texas, der Sommer, Howdy, und in Frankreich, der heißt Bonjour. Italien, der heißt Bonjour, doch in Bayern, das haben wir nur... sung zawsze gibt. pallier, como im schönen Rappenland Diones in 외부 destination na cross, ich sehe wOWs, im schönen Rappenland Er ist nur eine Welt, dass er uns bis allen wurde kam. Die Chinesen, die versteh's ja nicht. Und die Schweden, die sagen, gut dacht. Ja, die Preise, die sagen, willkommen. Und in Russland, da heißt's friviert. Aber Servus, sonst nicht. Na, Servus, sonst nicht. Na, was sagen wir dann aber gleich? Servus, sonst. Ja, in Bayern, das hat das Servus, dem schönen Appenland. Ja, das ohne Wetter, das Servus, ist allen wohl geklappt. Ja, in Bayern, das hat das Servus, dem schönen Appenland. Ja, das ohne Wetter, das Servus, ist allen wohl geklappt. Ja, warum sich die EU nicht einigt? So viele Sprachen, das sind doch ein Schmarrn. Aber Servus, das kann jeder sagen. Mei, wenn wir bloß alle feiern waren. Ja, was sagen wir dann aber gleich? Servus, oder was? Ja, das ist alles. 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 Untertitelung des ZDF, 2020